Du suchst einen der sichersten, schnellsten und günstigsten VPNs? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Also bis gleich! Herzlich Willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir, wie man einen VPN einrichtet und welchen VPN ich benutze. Die meisten VPNs basieren auf OpenVPN. Das ist eine VPN Software und deswegen ist es auch für die meisten gleich. Also wenn ihr wisst, wie ihr diesen hier, den ich euch jetzt zeige, einrichte, dann wisst ihr auch, wie ihr einen anderen einrichtet. Okay, ich erkläre euch noch kurz, warum ich RAW VPN nutze. Ganz einfach sind eben, dass die Logs nicht gespeichert werden und alle Verbindungen verschlüsselt sind, was hier auch der Fall ist. Zusätzlich sollten die Server schnell sein. Das kann ich hier auch nur bestätigen. Und ja, der Preis ist auch in Ordnung. Wir haben hier 2,90 pro Monat. Kann man lassen, wenn man jetzt hier gleich für zwei Jahre abschließt, ist man dann bei 50 Dollar ungefähr für zwei Jahre. Genau, hier sehen wir auch nochmal, welche Länder Server vorhanden sind. Also über diese Länder können wir dann auch surfen. Und ja, es sind ein Haufen und die funktionieren auch soweit alle ganz gut. Genau, kommen wir jetzt zum Einrichten. Wir gehen jetzt hier auf Guide und dann klicken wir hier auf Windows. Wenn ihr natürlich macOS oder Linux benutzt, müsst ihr hier auf das andere klicken. Klicken wir auf Windows. Und jetzt sehen wir hier eine Anleitung, wie wir es installieren. Die machen wir jetzt ganz einfach nach. Also erstmal jetzt hier herunterladen. Ich speichere jetzt mal auf den Desktop. Dann natürlich entpacken und das machen wir auch gleich mal. Jetzt haben wir hier den Ordner und da nochmal den Ordner. Dann müssen wir die Setup-Excel anklicken, Rechte geben. Ja, hier auf Yes klicken. Der Rest läuft von alleine im Normalfall. Hier haben wir jetzt eine Anleitung. Und ja, wir müssen jetzt erstmal uns bei RAW VPN mit unseren Benutzernaden einloggen. Und dann kriegen wir die VPN-Nutzerdaten auf der Webseite. Dann einfach das Programm starten, was wir gerade installiert haben. Schauen, ob unten das Icon hier ist. Das OpenVPN-GUI. Und dann können wir hier auswählen, auf welchen Server wir uns verbinden wollen. Danach einfach das Passwort eingeben. Und schon haben wir eine VPN-Verbindung. Wir wollen uns jetzt einfach mal mit Tokio verbinden. Und jetzt werden wir hier nach dem Passwort gefragt. Das holen wir jetzt auf der Webseite. Zeige ich euch jetzt mal nicht. Und jetzt können wir hier auch gleich auf Passwort speichern klicken. Da müssen wir das Passwort nicht immer wieder neu eingeben, wenn wir uns mit dem Server verbinden. Das dauert dann kurz. Dann kommen hier ein paar Logs. Und wenn das Logo hier grün ist, dann sind wir auch verbunden. Und wir sehen jetzt hier unsere neue IP-Adresse. Ja, mit welchem Server wir eben verbunden sind. Das war auch schon der Setup-Guide. Wir können das Ganze jetzt nochmal überprüfen. Mit, was ist meine IP? Und wir sehen in kürzester Zeit. Natürlich ist jetzt eine VPN-Verbindung immer etwas langsamer. Aber wir sehen, wir surfen über die USA. Ja, stimmt jetzt mal nicht so ganz. Schauen wir versuchen wir mal auf eine andere Seite. Ja, hier ist es jetzt richtig angezeigt. Hier statt Tokio. So richtet ihr euren VPN ein. Relativ easy. Und ich hoffe, ihr konntet wieder was cooles lernen. Nochmal kurz zum Schluss. Für was braucht man ein VPN? Ja, einfach um seine originale IP zu verschleiern. Und trotzdem noch eine schnelle Verbindung zu haben. Nicht wie beim Proxy. Wir können jetzt auch mal einen Speed-Test machen, weil es mich interessiert. Ja, 28 Mbit Download ist eigentlich ganz okay. Ich habe jetzt insgesamt 4000 über meine normale Leitung. Also haben wir ungefähr 10 weniger. Und ja, ich würde sagen, das ist sehr gut. So etwas würden wir mit einem Proxy nicht erreichen. Und ja, für das, dass wir nochmal über Japan gehen und dann hier auf eine Netzseite gehen. Wenn wir jetzt natürlich den Server in Deutschland verwendet hätten, VPN, dann wäre das Ganze hier noch schneller. Und ja, wenn es euch gefallen hat, klickt auf Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke für weitere Infos. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace. Peace.